Wolltest du dich nicht eigentlich dieses Jahr für ein Studium bewerben? Nur ein bisschen tanzen, bitte. Komm, Licht in die Tüte. Das ist turbokapitalistische Selbstausbeutung. Kein Wort zu meinem neuen Kleid. Einatmen und raus. Manchmal mache ich Sachen, die ich nicht machen will. Aber dann bin ich dann auch nicht ich selbst. Hast du denn jetzt eigentlich mal einen Freund, Frankie? Ich warte auf die große Liebe. Du hast ein Date? Ich kann das nicht. Sei einfach du selbst. Ein bisschen lockerer vielleicht. Das Freund Frankie ist nicht da. Ich mache hier nur sauber. Beachten Sie mich gar nicht. Alles klar. Die Gelegenheit war echt gut. Es war komplett peinlich. Was für ein Kuckuck. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ist ein bisschen schumerig. Habt ihr Frankie gesehen? Lasst mich raus! Alles läuft aus dem Ruder! Ihr könnt mich alle mal alle! Ihr seid schuld, dass nichts in meinem Leben funktioniert. Weil ich mit euch einfach nicht normal sein kann. Hier ist irgendwas komisch. Und ich frag mich... Lari Flari! Warte, 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 warte! Spür das Unheil ab mir. Wo sind wir? Wir sind in meinem Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob's dir gut geht. Mir geht es sehr gut. Du musst diese berühmte Frankie sein. Mit dir ist alles in Ordnung. Und? Warst du denn ein Freund? Ich bin mir nicht sicher, ob's dir gut geht. Ich bin mir nicht sicher, ob's dir gut geht. Vielen Dank.